Damit uns die Stimmung erhalten bleibt, jetzt etwas über eine gestörte Stimmung. Gestörte Stimmung. Am Hand, da sitzt ein Schaf und schaut belemmert auf einen Specht, der brav, ein Baum behämmert. Mit welchem Recht? Ja, dann kann man drüber ins Gründnis kommen. Ich möchte sagen, es sind überraschend schnell zu Ende. Sind Sie ein Single-Mann? Ja gut, man tut, was man kann. Ich habe eine aufgenommen. Bei mir, im Studio. Sie ist neu in die Charts gekommen und steht schon auf Platz 4. Ich meine, ob Sie noch Single sind? Nun ja, es geht oft sehr geschwind. Ich habe eine aufgenommen. Bei mir, zu Hause. Sie stand vor meiner Tür und ist dann in mein Bett gekommen. Ich bin auch ganz benommen, sie war schon Nummer 4. Aber jeder Bürger hat ja das Recht auf eine dunkle Vergangenheit. Und jetzt hat man jetzt gesagt, musst du es raus. Also diesmal war mein Tätigkeitsfelsch. Also, das Ganze heißt Rohwarenlager. Die Abteilung gibt es tatsächlich. Als Lehrling stand ich am Rand einer Textilmaschine. Das weiße Stoff ist warmer Duft, lag flimmernd in der Luft. Ich wusste nicht, wie sie mich fand, die flotte Wiener, die mir den Arbeitskampf erklärte. Weil meine Schüchternheit noch wehrte, nahm sie es in die Hand mit viel Verstand und viel Routine. So, das lassen wir einfach mal so stehen. Das ist ja ein Schlimmes nach Heidenken. Darüber ist es tatsächlich gelungen, eine romantische Beziehung in nur einem Satz darzustellen. Möglicherweise ist das sogar der längste Satz der deutschen Literaturgeschichte. Jetzt also nach der kürzesten Biografie auch noch der längste Satz. Und deswegen versuchen wir es mal am besten zusammen. Wir versuchen es zusammen, ja. Dann wird er nicht ganz so lang wahrscheinlich. So, das Ganze heißt Burg und er und sie. Oder Burgunder und sie. Ich habe mir da mal Gedanken gemacht, welche Jugend einer blöberanten Freundin am besten schenke, um ihre Freude zu machen oder ihre Gunst zu gewinnen. Und da sind mir folgendermaßen eingefallen oder habe ich mir durch den Kopf gehen lassen. Die Nelke. Ich schenkte der Elke eine Nelke. Doch die gute Nelke wurde Welke. Wie Scheine für Elke. Die Narzissen. Darauf legte ich Narzissen auf ihr Kissen. Sie hat die Narzissen vom Kissen geschmissen, denn sie war auch ein Geschissen. Du bist eine Nelke. Nein, ich bin ganz glücklich. Du splat avoided. Das sind comme worry. Warum? Wenn man ein Schoen hat. War auch ein Spaß. Schoen hat mich. Wophobia. Ernst? Untertitelung des ZDF, 2020